Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Furcht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Hast es nicht ohne mich ausgehalten? Kann ich verstehen. Komm zum Hätzchen. Das war's. Das war's. Das hier wird ganz schön wehtun. Das hier wird ganz schön wehtun.